Schönen Zockertag, willkommen zu der nächsten Folge von Clash of Clans Sieg oder Niederlage und heute sind wir wieder hier am Start in Clash of Clans und da haben wir natürlich was als letzte Folge, die übrigens hoffentlich später kommt oder früher kommt, entgegen einer Sache, die euch sicher jetzt interessieren wird, es ist nämlich genau die 10 Sekunden her, dass wir diese Claneinfragen gestellt haben und wie gleich gucken wir an, ob wir eine Absage bekommen haben, ich kann man spüren, wenn sie es so schlecht ist, dass wir eine Absage bekommen haben, ich kann auch halten, das ist cool anbieten an dem PC, da kann man einfach halten, so. Jetzt ist wohl ein bisschen flüssiger. So, Ballrich. Oh, Brecher weiterhin so. Ich komme nämlich gerade nicht um das Elektriere, ich brauche auch gar nicht. Nehme immer ein bisschen Bernburg-Bogenschütze, mir dann wäre es aber so gemischten bisschen so. Wenn, dann werden die hier ausgebildet. Jut. Na und hier wieder ein bisschen mitgefahren, Leute, es ist immer noch einer Boost. Und wir sind weiterhin auf der Zone nach einem Plan, seitdem wir in der letzten Folge aus dem Clan hinausgegangen sind, weil die einfach keine Clan-Karten gemacht haben. Ach, ich wollte ja noch ablehnen, genau. So. Wieso könnt ihr denn keine Wiederholung zeigen? Äh, ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr, Mann. Der hat mir, der klärt mir schon 100.000 Yolt. Und dann können wir nicht mal eine Wiederholung zeigen. Äh, jetzt wollte ich ihnen doch mal eine ganze Angriffe. Kann, kann doch nicht wahr sein. Das ist ihnen Unverschämtheit. Wir ZK-Staaten geiles Deutsch. Bitte, antwortet mir! Ja. Tja. Wir machen jetzt mal eine Folge einer neuen Serie, die aber auch zumindest Play hat, natürlich. Hab ich gerade neu erfunden. Global Office. Sollen wir die wirklich Global Office nennen? Das ist genauso jetzt wie Clan War News. Für mich müssen wir auswärts bei Jong-Een machen, aber bei Jong-Een gibt es nicht wirklich so viele Sachen davon. Was heißt denn nochmal Global Office? Global Office. Also global, die globale Überwachung hat wieder begonnen. Wir kommen zu einer neuen Folge Global Office. Und heute überwachen wir ein bisschen den globalen Chat. Wir kommen wieder zurück. Wir sind auf dem anderen aufgestellt. Wegen CK. Was ist das denn? Conan der Barbar. Was ist das denn? Ich muss kurz gucken, was ist denn das für ein Zeichen? Als Liga. Klan-Turnier. Klan-Turnier. Legende ist das. Aha. Aber hab... Schon jetzt Clan. Okay. Das... Wollt ihr so gut wie keiner wissen, glaube ich. Acht. Acht. Temple of War. Farmen, vielen Dank für eine gute... Jagdplatz 23 in Deutschland mit... Ein... Okay, Leute. Ihr werdet ein bisschen runtergegangen, aber das ist doch nicht so schlimm. 164! An der Zahl von die gewonnenen Kriegen. Das sind Leute, die haben's drauf. Den... Die markier ich mir. Spinniglamour ist... Suchen wir mal ab Level 30. Der spielt doch... Agenten, ähm... Das stellt ja auch hohe... Ansprüche. Hallo, willkommen im... Agent. Ab Level 30 willkommen mehr nicht. Im CK2-Angriffe. Jumper, no. Spenden... Na, Vertrauen und... Acht Rathaus und... Vier... Willkommen. Oh, man. Mach dein... Mach... Dein Klanburg. Mach dein Klanburg. Das war ein gutes Deutsch. Hallo, willkommen in... Spenden alles... Was? Hatten wir schon Lisa? Findet... Nett... Wir müssen... Leute, schreibt doch mal was rein. Wir müssen... Wir sind hier bei Global Office. Wir suchen... Nach wie vor immer noch... Ähm... Eine Story, die man im Clan-Shut lesen kann. So, suche Mitglieder, die beim Clan-Aufbau helfen. Maximus, Black Manuel und Marco 2.0 sind in Clash Kings dabei. Und ab... Er... J... Ab... Rathaus 8... Max willkommen. Bei Interesse bewerben. Wie bin ich da draus? Weiß ich. Spieler ist der Anführer. Ein Clan, ein Team, eine Familie. Rache, Götter, lange... Verscheuen. Um... Jetzt... Nochmal... Anzugreifen. Neu ab, gutem Rat. Aus... Ach... Nett, nett, nett... Kleine, Kleine bringen es nicht. Er hat falsch geschrieben. Ähm... Ja... Ich finde dann niemand meine Einladung. Ist so komisch. Lofa willkommen. Ja... Komm mit. So, der Foto-Clan. Dieses Video hier mit aus dem... Ähm... Wir haben irgendeine Fall. Und in den Risiken geguckt. Da war die, ähm... Werbung von, ähm... Comfort the Future. Also, ähm... Jetzt nochmal. Du kannst überprüfen. Was heißt denn das? Ich glaube, war ein Video, die jemand in letzter Zeit ganz schön lange mit... CW News und... Global Office jetzt. Ich könnte noch ne Serie dazu achten, meine Güte. Ich willkommen, meine Foto-Clan. Du bist treu. Du bist aktiv. Du bist spendenfreundlich. Du bist nett und beleidigt niemanden. Da bist du hier genau. Ich suche. Und wo ist alle sehr willkommen? Mhm. Wir auch. Die Krieger. Wer sucht Clan? Mh. 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 Den hatten wir aber schon. Leute. Das ist kurze Frage. Nachdem ich jetzt so viele Projekte, ähm, in Clash of Plans gemacht hab. Mh. 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 Schreibt mir in den Kommentaren. Wenn's so ist. Ihr müsst auch nicht schreiben. Ich werde sowieso oder so nach den Sachen ändern. Ihr könnt mir aber reinschreiben, was ich so reinschreiben sollte. Ich werde glaub ich so was reinschreiben wie, ähm, bekommen auf meinem Kanal, ähm, aktuelle Projekte sind, da, 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 ähm, aktuelle Projekte sind, ja, ja, und, jetzt hört sich eigentlich ganz gut an. Machen wir weiter mit Global Office. Black Jack Blust, zu wechseln, zu uns. Mh. Nö, sorry. Nen Anführer. Mh. Ok. Sowie, ich glaub ich sollt jetzt wirklich per outcome angregen. Mh. ich übernachten mal bei den Kriegern glaub ich oder versuchen wir noch mal einen die müssen wir gar nicht erst versuchen die sind alle hundert noch was der stückte richten hamburger bande her schickte ritter und ist der richtige oder der zerstörer wir sind immer bei den zuschauern zwei ist schon zumal kurz oben was ist das gnadenlos die verarsche so gnadenlos wir suchen mitglieder ab level 40 spenden wir achten gerne auf mir gar nicht nach dem aufbau gegründet der erste 26 16 anscheinend haben die immer gnadenlos feiern würde irgendetwas anderes so die haben sich ja noch gar die haben sich ja vergessen dass ich drin bin suche suche so wenn wir jetzt irgendwann finden der irgendwas von uns will du bist jetzt mitglied des klats die haben meine anfrage anscheinend angenommen welches level sind die fünf leute wir sind im klant drin und so welcher platz wir sind jetzt irgendwo ganz unten ja noch kurzen klanten beobachten die normale global office chat beobachten kommt übrigens global office von m kotze und ich glaube ohne dann schauen wir uns noch kurz einen an an wir werden finden sowieso jetzt ein angriff keine wiederholung keine wiederholung kommt schon so kopf nein ich hasse es zur untersteuern Gucken wir auf unserer Seite, was wir überhaupt an Sachen zu tun haben. Die Leute, wir geben es auf, es ist einfach nicht mehr. Wir wollen mal gucken, wie es mit dem Plan läuft und... Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, ein Abo. Sonst wünscht ihr euch noch einen echt schönen Tag. Sagt viel. Sagt euch, wenn euch diese neue Ingame-Serie gefällt. Und... Schönen... Sockerteig wünsche ich euch noch. Wir gucken nur kurz nach, was der Schreibter-Typ... Gib mir nochmal kurz Verstärkung. Thanks, so... So netter Freund. Dann... Bis morgen, schieselte sie.